Yoga-Kurs? Nein. Fußballtraining? Ja. Das hier sind die neuen Corona-Regeln im Detail. Die Corona-Regeln bleiben verwirrend. Zehn Antworten zu den Verschärfungen. Darf ich mehr als sechs Personen zu mir nach Hause einladen, etwa zu Halloween? Ja, im privaten Bereich gibt es keine Beschränkungen. Allerdings appelliert der Kanzler, die neue Höchstgrenze auch in Privatwohnungen einzuhalten. Halloween feiern außerhalb der eigenen vier Wände, zum Beispiel in Lokalen, sind auf maximal sechs Personen beschränkt. Und wie sieht es mit einem Treffen in einer größeren Gruppe im Park aus? Die Regeln gelten für sämtliche Zusammenkünfte außerhalb der eigenen vier Wände. Bei Treffen im Park sind maximal zwölf Personen erlaubt. Mein Kind hat mehr als sechs Freunde zu seiner Geburtstagsfeier eingeladen. Was nun? Das geht zwar gegen die ausdrückliche Empfehlung der Regierung, ist aber möglich. Die Grenze, sechs Personen Indoor und zwölf Personen Outdoor, bezieht sich nämlich nur auf Erwachsene. Was ist mit meinem Yoga-Kurs, an dem mehr als sechs Personen teilnehmen? Die Höchstgrenze von sechs Personen gilt für sämtliche Zusammenkünfte, auch für den Yoga-Kurs. Und wie steht es mit Fußballtraining? Vereinssport kann weiter stattfinden, sofern ein Präventionskonzept vorliegt. Nicht angemeldetes Fußballspielen mit mehr als zwölf Personen, etwa auf der Wiese, ist hingegen nicht erlaubt. Darf ich weiter ins Fitnesscenter gehen? Ja, das ist erlaubt. Ebenso der Besuch eines Schwimmbads. Ein Schwimmkurs geht allerdings nicht. Wurde die Sperrstunde nun vorverlegt? Nein, hier gibt es keine bundesweit einheitliche Linie. Nur in Tirol, Salzburg und Vorarlberg ist in der Gastro um 22 Uhr Schluss. Ich bin mit mehr als sechs Leuten unterwegs. Dürfen wir uns im Lokal auf zwei Tische aufteilen? Dagegen spricht nichts. An einem Tisch dürfen aber auch in Schanigärten künftig nicht mehr als zwölf Personen Platz nehmen. Ab wann gelten die neuen Regeln und wie lange? Alle Regeln gelten ab Freitag, 23. Oktober, 0 Uhr. Für mindestens vier Wochen. Mit den entsprechenden Verordnungen aus dem Gesundheitsministerium ist voraussichtlich am Mittwoch zu rechnen. Darf ich weiter ein Gesichtsvisier tragen? Noch ist das erlaubt. Es gibt aber Studien, die die Sinnhaftigkeit der Visiere massiv hinterfragen. Aber auch für uns. Untertitelung von Untertitelung. Orationen.